Der französische Staatschef Emmanuel Macron ist zu Gast. Es ist ein Staatsbesuch in den USA bei US-Präsident Joe Biden. Hier sehen wir das Live-Bild vom Weißen Haus. Noch ist keiner der beiden Präsidenten zu sehen. Aber sobald es soweit ist, sind wir natürlich live dabei. Und es ist ein vorweihnachtlich geschmücktes, weißes Haus. Also beste Voraussetzungen. Michael Wöhlenweber, der uns jetzt zugeschaltet ist aus Washington, auch für einen Besuch in guter Atmosphäre, in guter Stimmung, in harmonischer Stimmung? Also ich glaube schon zuerst einmal, dass es eine harmonische Grundstimmung gibt. Das ist der erste Staatsbesuch. Der amerikanische Präsident ehrt den französischen Präsidenten damit. Der erste Staatsbesuch nach der Pandemie. Und das ist dann schon ein ganz besonderes Zeichen. Das wird hier herausgestrichen. Es wird auch von Frankreich herausgestrichen, vom Präsidenten, von seinem Umfeld, dass das etwas ganz Besonderes sei, dieser Besuch. Dass Amerika der wichtigste Partner sei und der wichtigste LA, der wichtigste Alliierte. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich durchaus Verstimmungen. Und da ist vor allen Dingen der sogenannte Inflation Reduction Act zu nennen. Das heißt, das Programm von Joe Biden, was vor allen Dingen amerikanische Firmen bevorzugt. Bei Amerikan könnte man sagen, da werden nämlich zum Beispiel Käufer von Elektrofahrzeugen deutlich bevorzugt gegenüber jetzt Käufern anderer Marken aus dem Ausland. Und das liegt natürlich den Europäern besonders im Magen. Das liegt Emmanuel besonders, Emmanuel Macron besonders im Magen. Und das wird er hier ansprechen. Das wird kontrovers diskutiert. Eine erste Gelegenheit im Übrigen hat er ja gestern Abend schon gehabt. Da waren die beiden mit ihren Frauen Essen im Luxusrestaurant in einem italienischen, in Georgetown. Da hat man den einen oder anderen Dissenspunkt sicherlich dann auch schon angesprochen. Ohne, ich denke nicht, dass man hier tatsächlich dann auf einer späteren Pressekonferenz, auf einer gemeinsamen, dann tatsächlich schon Lösungen präsentieren kann für dieses Problem, für diesen Buy American Act, wie ich es einmal nennen möchte. Und das ist natürlich durchaus von europäischer Seite kritisch zu bewerten. Da fürchtet man massive Wettbewerbsnachteile. Da fürchtet man sich, wie ich es auch nicht dazu gebe, denn da, es ist ein bisschen der ZEV-Belle Kaputt von der ZEV-Belle Kaputtgeon. Da, es ist ein bisschen der ZEV-Belle Kaputt, wie ich es in der ZEV-Belle hier im Ausland habe. Vielen Dank.